Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Überraschung, es gibt ein neues Sortiment in der Drogerie und zwar hat DM Trended Up, Trended Up bei DM, ein komplett neues Sortiment rausgebracht und ich bin gerade durch ganz Berlin gefahren, um für euch die Produkte zu kaufen. Und ja, ich habe einige Sachen gekauft und wir werden das heute testen. Spoiler-Alarm, ich liebe das Design, ich liebe das Konzept dahinter. Ich bin aber sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und Freunde, ich habe eine kleine Ankündigung für euch. Das Problem ist, ich habe alle Videos eigentlich schon vorgedreht und das ist so ein bisschen dazwischen jetzt. Und vermutlich ist es schon passiert oder es passiert in ganz, ganz kurzer Zeit. Meine Palette ist back on stock. Falls sie schon da ist, falls sie noch da ist, setze ich sie euch unten in die Infobox. Vielen Dank für den ganzen Support. Es tut mir leid zu sagen, ich habe extra nachgefragt. Wenn die jetzt weg sind, wir produzieren nicht mehr nach. Also alles, was dann weg ist, ist dann weg. Deswegen schaut unbedingt vorbei, folgt mir unbedingt auf Instagram. Falls es noch nicht der Fall war, ihr kriegt schnellstmöglich ein Update von mir. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir jetzt loslegen, Freunde. Ich bin richtig gut drauf, ich habe gut geschlafen, ich habe gut gefrühstet. Oh, das war so lecker, Freunde. Wow. Und wir probieren einfach mal ein bisschen was aus. Ich hatte ein kleines Problem beim Einkaufen, weil die komplette Theke hat ein neues Design gehabt. Und es war mir nicht eindeutig zu erkennen, was ist neu, was ist alt. Deswegen habe ich einfach die spannendsten und schönsten Produkte mitgenommen. Und wir fangen auch gleich an mit dem ersten Produkt. Das ist der Rosy Touch Face Perfector. Das ist ein zarter, langanhaltender Primer. Mattiert den Tarn und kaschiert optische Poren und Hautunebenheiten. Lässt den Tarn frisch und ebenenmäßig erstrahlen. Für ein seitiges Hautgefühl und perfektioniertes Finish. Kann alleine oder vor dem Make-up getragen werden. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Toucher Silk Canvas Primer. Ich bin tatsächlich so ein bisschen gespannt, wie das Ganze heute ausgeht. Denn, falls ihr euch erinnert, mein letztes Video über Produkte von Trended Up bzw. Trended Up Sensitive war ja nun gut. Möchte ich nicht drüber sprechen. Ich möchte nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen. Aber es war halt einfach gar nichts für mich. Das ist aber eine ganz spannende Sache. Ich weiß, Trended Up ist total beliebt und wird, finde ich, nicht so sehr behandelt. Es riecht nach nichts und oha. Das ist im Prinzip dieser Silk Canvas Primer. Das fühlt sich... Also, wenn man hier reingeht, ist es cremig. Und sobald man es auf die Haut gibt, fühlt sich das an, als wäre nichts mehr da. Das mattiert tatsächlich direkt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen hier ausgeblört hat. So meine Rötungen und so wird es natürlich nicht kraschieren. Aber ich trage mir das auch wirklich nur hier in der T-Zone auf. Ich mag die solche Dinger ganz gerne eigentlich, weil das ist nicht so ganz verstopfend wie beispielsweise der Benefit Professional oder Nix hat ja auch so einen. Sondern das ist eher so ein bisschen zart. Also es gefällt mir auf den ersten Eindruck sehr gut. Okay. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung, dass bei Foundation Concealer endlich mal ein Stückchen mehr in Inklusivität gegangen ist. Und ich weiß, es nervt viele. Aber meine Aufgabe ist es, so lange darauf umzuhacken, bis es endlich mehr als vier Farben gibt, die alle gleich aussehen. Die sind alle sehr hell. Und ich habe jetzt hier die dunkelste. Das ist die 030 gewesen, die es bei mir in der Theke gab. Das ist ein Rosy Touch Make-up. Ein langanhaltendes Make-up mit variabler Deckkraft für einen strahlenden Tarn mit Glow-Effekt. Klingt erstmal gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen bedrückt, ist die variable Deckkraft. So nach dem Motto, auch heute möchte ich mal ein bisschen mehr Deckkraft haben. Heute nicht. Ich bin gespannt. Scheiß Tesafilm hier immer dran. Ich muss sagen, das Packaging und das Design aus dieser Rosy Touch Reihe gefällt mir sehr gut. Das ist so mit meiner Lieblingsfarbe, dieses Millennial Pink. Mag ich gerne und ich finde es toll, dass es mit dem Pumpkopf kommt. Ich gebe mir jetzt einfach mal so ein bisschen was auf die Hand. Ja, sie ist tatsächlich so ein bisschen rosastichig. Recht flüssig, läuft also direkt runter. Und wir tragen erstmal die halbe Seite auf, oder? Riecht nach nichts, also es ist auch nicht parfümiert. Und das arbeite ich mir erstmal hier ein. Also ihr seht schon, es ist eine recht zarte Deckkraft. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, keine Sorge. Ich nehme mal noch ein bisschen mehr. Farbe finde ich bei mir tatsächlich gar nicht schlecht. Ich weiß, dass die Trended Up flüssigen Make-Up Produkte immer so ein Stückchen oxidieren. Finde ich in dem Fall nicht schlecht, weil sie ja doch recht hell sind alle. Aber das ist eher so ein bisschen rosy, sieht die Farbe aus, glaube ich. Also es ist ja auch die Rosy Touch, aber die 030 hat so einen leichten Rosastich mit drin. Ich habe euch gleich mal ein kleines Stückchen herangeholt. Ich nehme jetzt nochmal meinen Schwamm und, oh, hier sind Flusen dran. Und arbeite mir das hier ein. Also Deckkraft ist tatsächlich sehr soft. Gebt mir mal noch eine Sekunde, bitte. Also sie ist auf jeden Fall sehr glowy. Braucht tatsächlich recht viel von der Foundation, weil sie super flüssig ist. Okay, ich habe das Schätzlein einmal eingearbeitet. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass man keinen wirklichen Effekt sieht, außer dass es doch schon Glow hat. Also es ist eine super, super zarte Deckkraft. Ich finde variabel den Begriff ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt hier probiert, so ein bisschen aufzubauen. Der Glow gefällt mir aber wirklich gut. Also das ist schon eine sehr, sehr frische. Also wenn du, weiß ich nicht, zwölf bist und die beste Haut deines Lebens noch hast, Gott bless you, könnte das die Foundation sein, wenn du Glow haben möchtest. Ansonsten, ja, also ich kann halt jetzt nicht sagen, sie hat mit so wenig Deckkraft, wenn sie sagt, sie hat, naja, sie sagt variabel Deckkraft. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich bin halt nicht so die größte Freundin von soften Foundations, because obviously brauche ich welche. Aber vielleicht rettet der Concealer ein bisschen was. Auch hier, Freunde, bitte, ein Lippenstift weniger, ja, und eine Foundationfarbe mehr. Wenigstens eine, nur fürs Gefühl. Auch der Concealer ist aus dieser Rosy-Touch-Reihe. Packaging, iconic, ich lieb's. Zarter, langanhaltender Concealer mit pflegendem Kollagen. Oh, I stand. Für einen strahlenden, perfekten Tarn mit Glow-Effekt. Kaschiert Hautunebenheiten und Rötungen. Verleiht der Haut ein natürliches, frisches Aussehen. Wir probieren es aus. Auch hier, es hat ein Applikator-Füßchen, was mal ganz spannend ist. Das ist nicht dieses ganz günstige Lipgloss-Füßchen, sondern das ist so ein bisschen angeschrägt. Und man kann hier, ach nee, ne? Das ist ja Deckweiß und das ist die 0,20. Es ist ja auch schön, dass helle Häute bedient werden, aber das ist ja wirklich super hell. Hält doch gut auf. Ja doch, es hält auf. Es hält auf, da kann ich nichts sagen. Ich gebe aber doch nochmal ein bisschen mehr hin und wir lassen den kurz antrocknen. Hat eine, ja, ich würde sagen, das ist so die Deckkraft, die ich gerne bei der Foundation gehabt hätte. Als variable Deckkraft, weil Concealer kann man immer irgendwie so ein bisschen besser aufbauen, finde ich. Die Foundation ist halt super, super natural, ne? Ich finde, das tut mir so leid. Ich finde, dass bei diesen super, super soften, natural Foundations immer der Effekt ist halt zu wenig, weil durch diesen Glow sieht das Ganze, finde ich, so ein bisschen unruhiger aus. Aber, Freunde, lasst euch gesagt sein, Pro-Tipp, wenn ihr Full Coverage haben wollt, geht erst mit so einer Foundation runter. Das probieren wir nämlich jetzt aus, weil ich weiß, dass alles, was ich jetzt danach benutze, mich nicht zufriedenstellen wird. Deswegen nehme ich das jetzt als Primer, weil so sieht meine Haut schon gut aus und ich brauche weniger Foundation. Guess what? Ich glaube nicht, aber wir probieren es. Ich nehme dazu im passenden Farbdesign die Full Coverage Foundation des Jahrtausends. Das ist die von XX Revolution. Und jetzt habe ich halt so eine schöne, neutrale Base schon und kann halt einfach mit viel, viel weniger Foundation hier rüber gehen. Und das Ganze sieht viel, viel natürlicher aus und hat halt diesen Glow von der Rosy Touch Makeup Foundation. Ich habe mir vorgenommen, dass ich, wenn ich Kritik äußere, auch zukünftig, wenn es geht, einen Lösungsvorschlag mit anbieten kann. Weil es hilft natürlich weder euch noch mir noch der Marke, wenn ich hier sitze und sage, ist alles scheiße, weil ist eine zu leichte Deckkraft. Sondern ich kann euch dann sagen, wenn ihr sagt, hey, das ist aber eine gute Idee, wenn du das einfach als Grundlage nimmst. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass mein Gesicht jetzt super, super cakey wird, weil ich ja weniger Foundation brauche. Alright, so gefällt mir das Ganze wesentlich besser. Und wir setten das Ganze jetzt mit einem Produkt, was wunderschön ist. Das ist nämlich das Rosy Touch Finishing Puder. Das soll ein zartes, seidiges Finish ergeben und den Tarn weichzeichnen. Großzügig auf das Gesicht auftragen. Okay, das hat, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, so ein Rosen, Rosen, ein Rosenpressing mit drin. Und I stand. Ich lieb's. Das sind diese Kleinigkeiten, wo ich finde, dass das Make-up wieder schön und spannend macht. Ich gehe hier einmal kurz rein. Fühlt sich tatsächlich sehr, sehr zart an. Und ich nehme jetzt einfach einen Pinsel, gehe hier ein bisschen rein, lade den Pinsel gut auf. Es hat so einen leichten Glow. Und sette erst mal mein halbes Gesicht. Oh. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, es settet nicht so wirklich das Gesicht, sondern es gibt nur so einen leichten Pudereffekt. Deswegen probieren wir mal was anderes, weil ich glaube, dafür ist es auch gemacht. Ich nehme mal die andere Seite und sette damit wirklich mein Gesicht. Und ihr seht sofort einen Unterschied, ne? Also es ist hier gleich richtig, richtig matt. Und gehe dann mit diesem Finishing Puder rüber, weil das finde ich immer ganz schön mit so einem zarten Glow-Effekt. Also das ist ja wirklich mini, minimal dieser Effekt hier drin. Ich glaube, ihr könnt es nicht sehen. Und damit gehe ich einfach rüber. Okay, ich muss sagen, ich sehe ein bisschen blass ums Näschen aus, aber der Effekt auf der Haut sieht wirklich, wirklich schön aus. Also es sieht so ein bisschen aus, als hätte ich nichts drauf und es ist so glowy und rosy und ich finde es gar nicht schlecht. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man das als erstes Produkt aufträgt. So anstelle eines Primers. Weil das ja auch so ein bisschen Glow und Fliegen mit Kollagen ist ja auch mit drin. Finde ich ganz spannend. Ich möchte aber noch zwei weitere Produkte ausprobieren, die so ein bisschen in die Blush-Richtung gehen. Ich habe hier einmal den Rosy Touch Blush. Es gab noch eine andere Farbe davon. Ich habe mich jetzt für die 010 entschieden. Und der ist auch aus dem neuen Sortiment. Das ist die 010 aus der Super Glow-Bake-Blush-Reihe. Ich bronze einmal ganz schnell so ein bisschen mein Gesicht, dass ich nicht ganz so krank aussehe. Und ihr seht sofort, ne? Also ich habe nicht noch mehr gesettet, sondern es sieht extrem natürlich aus. Ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Möglichkeit für super trockene Haut ist. Und ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen in den Bronzer rein. Ich nehme jetzt hier das von Gucci. Das ist eigentlich ein Puder, aber kein Bronzer. Und damit gehe ich einfach hier so leicht drüber. Und das wird nicht fleckig. Fantastisch. Hier ist wieder Tesafilm drauf. Und da gehe ich erstmal in... Ich mische einfach gleich beide Farben. Finde ich ganz schön, dass so zwei verschiedene Farben drin sind. Klopfe ein bisschen ab. Und setze mir das hier gleich mit hin. Und... Oh, okay. Schieß. Pigmented AF. Huh. Ja, besser. Ähm, extrem pigmentiert. Schön. Super, super schöne Farbe. Und auch das liegt sehr, sehr gut auf dem Bronzer, auf der Foundation. Jetzt kommen wir aber zu dem, wo ich tatsächlich extrem gespannt bin, weil ich liebe gebackene Produkte. Auch Streuselschnecken. Ne, die nicht. Franzbrötchen. Freunde, ich habe im Moment so eine kleine neue Liebe entdeckt. Franzbrötchen. Sieht man schon. Und auf der anderen Seite gehen wir in den Baked Blush in der Farbe 010. Super glowy, ne? Und auch eine super schöne Farbe. Mhm. Also der hat Glitzer mit drin. Und das setze ich mir einfach hier so ein bisschen rüber. Er ist recht hell. Oh, Freunde, wenn ihr auf diesen Natasha Denona Glow steht. Hier. Also das ist ein tolles Produkt. Ein bisschen pudrig, ein bisschen staubig. Vielleicht ist der Pinsel nicht so geeignet. Der ist jetzt hier von Avon, glaube ich. Der ist ein bisschen fester. Damit kann man fast noch besser Foundation einarbeiten. Schönes, schönes Produkt. Ich habe euch gleich mal ein Stückchen näher geholt, dass ihr euch die Base auch angucken könnt. Also es ist schon, Glow ist da, aber es sieht sehr, sehr frisch aus. Also das ist so dieses, ich bin gerade aufgestanden und look at me, ich sehe aus wie frisch geschlüpft. Schön, gefällt mir gut. Also die Blushes, der ist halt extrem pigmentiert. Mir gefällt die Farbe hier aber besser. Und das hier ist halt so ein bisschen, ne? Hallo, hier bin ich Blush. Für die Augen habe ich zwei Produkte gekauft. Da gab es auch super, super viele Neuheiten. Vor allen Dingen Monolidschatten. Es gibt ganz viele YouTuberinnen, die das toll machen. Ich habe neulich ein Video gesehen von Moldavid, glaube ich. Der hat 20.000 Monolidschatten gehabt. Ich bin nicht so ein Fan davon, weil ich einfach nicht so den Überblick habe. Aber ich habe mir ein Monolidschatten mitgenommen. Denn das ist ein Shimmer Cream Eyeshadow. Und das ist ein cremiger, schimmernder Lidschatten. Ist es jetzt Creme? Ist es keine Creme? Haltet das Video an und ratet einmal bitte. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Puder Lidschatten. Uh, das als Highlighter. Oh. Oh. Hm. Nice. Ich habe eine Look-Idee im Kopf. Dafür brauche ich aus dieser neuen Trended Up Color Circuit Eyeshadow Palette eigentlich nur eine Farbe. Auch davon gab es, glaube ich, vier verschiedene. Also es ist schon... Ich habe das Gefühl, die haben komplett einmal alles ausgetauscht. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wenigstens Trended Up von 183 Days den Primer und diese Pyramide zurückbringt. Ich nehme jetzt einfach das hier. Ich mag auch das Design. Ist so ein bisschen an MAC angelehnt. So eine große Farbe als Transition Shade. Extrem weich. Wow. Ich swatch einmal kurz. Ah, hier ist ein Topper drin, so ein bisschen. Schaut mal, das ist ja verrückt, ne? Seht ihr das hier unten? Das ist wie so ein Duochrome. Ganz zart, aber sehr, sehr schön. Gut pigmentiert. Beim Swatchen. Ich gehe jetzt als erstes in dieses große hier. Es hat extrem Kickback. Okay. Und das setze ich mir einfach nur hier so ein bisschen als Base hin. Denn ich möchte einen super monochromen Look schminken heute. Die Farbe sieht man bei mir nicht, wirklich. Ist aber schön zum, ja, einfach nur um das Lid so ein bisschen zu setten. Doch, so bei so ganz leicht sieht man was. Ich gehe ganz leicht in das Braun noch mit rein, um es hier so ein bisschen zu verdunkeln außen. Ja, es hat einen Effekt. Also es schattiert tatsächlich. Ist eine schöne Natural Palette, vielleicht für zwischendurch mal. Ich wollte jetzt einen super monochromen, artistischen Look schminken. Ich gehe einfach mit einem flachen Pinsel hier rein und trage mir das komplett auf. Also, ne, mein Finger, kommt. Ist schon schön, ne? Das sieht aus, als hättet ihr viel Wasser auf euer Lid. Das ist wirklich so, ich will nur ein bisschen was auf den Augen haben. So ein bisschen Glow. Also das ist so ein richtig Editorial-Ding. Schöne Farbe. Also das ist eine Farbe, die kann ich mir wirklich gut vorstellen, die nur diese Farbe aufs Lid. Eyeliner würde ich jetzt machen, kann ich nicht. Lashes oder einfach so ein bisschen Mascara. Wow. Ich habe zwei Lippenstifte gekauft und die schreien Maxim Giacomo. Das ist das nudigste Nude, was es gibt. Ich habe hier die Pure Nude Lip Glosser. Die sollen hochglänzend, fliegend und mit Jojoba-Öl sein. Ich habe hier einmal die 030 und die 010. Die 010 ist so ein richtiges Nude. Auch hier ist wieder Tesa drum, bis zum Umfallen. Also es ist halt nicht nur einmal verklebt, sondern komplett einmal rum. Wir tragen uns jetzt erstmal hier die 030 auf. Füßchen ist iconic. Das ist 1 zu 1. Wir wollen den Namen nicht mehr sagen, aber das ist 1 zu 1 das Füßchen vom Jeffree Star Concealer. I stand. Okay, wow. Schaut euch das mal an. Maxim Giacomo X Trended Up 2021 mit Lippenstiften. Es riecht super, super gut. Ich gebe jetzt nochmal die hellere Farbe oben rauf. Oh, Kim Kardashian ist am Boden. Wow. Okay, ich habe mal probiert, einen Eyeliner zu ziehen. Naja, möchte ich hier nicht drüber sprechen. Also Freunde, Fazit der Aktion. Lippen mega. Blush mega. Lip Cream toll. Also diese Pink Glow-Ding hier. Wo ist eigentlich meine Kappe? Ich muss sagen, das Ganze ist eine coole Sache. Also, ich weiß nicht, ob der Eyeliner es jetzt besser gemacht hat oder nicht. Ich finde, ich sehe so ein bisschen... Naja, ich habe probiert, Fox-Eis zu machen, Freunde. Hat nicht geklappt. Also, Base ist schön, super glowy. Falls ihr es probieren wollt... Falls ihr diese Foundation probieren wollt, ist das vielleicht eine gute Sache, wenn ihr das unter eurer Foundation gebt. Wenn ihr so ein bisschen mehr Deckkraft haben wollt. Ansonsten liebe ich diesen Monolith-Schatten. Der ist fantastisch. Auch dieses Rosy-Touch-Budder. Ich probiere es nachher nochmal so ein bisschen mit Full-Coverage. Und das ist dann einfach drüber gedastet. Lippen sind schön. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich frisch. Es war alles super günstig. Die Lidschatten-Palette brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich wollte es euch einfach mal mitgezeigt haben. Ansonsten könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Keine Katastrophe. Wirklich schöne, gut durchdachte Produkte. Und ich weiß, dass es für viele von euch auch definitiv funktionieren wird. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Freunde, denkt an meine Palette. Ich weiß nicht, ob sie schon da war oder noch da war. Schaut unbedingt bei Instagram vorbei. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.